zu whiskies aus der destillerie mordlach habe ich eine ja ich gebe es gerne zu sowas wie eine hop off beziehung manche von denen mag ich enorm gerne andere und da sind es vor allem die im sheriff ausgebauten die sind nicht so ganz meine art weil ich diese ja die noten von überreifen orangen die dieser whiskies gerade bei mordlach sehr gerne gebären die die mag ich nicht so wirklich das ist mir zu sehr in die schwefelrichtung da komme ich nicht zurecht damit bei dem hier laufe ich nicht in gefahr die nicht zu mögen denn der ist von vornherein schon mal auf der sicheren seite es sind version oak fässer und normale bourbon fässer in denen der gereift ist erst 13 jahre alt fast 56 prozent stark und ist der mordlach aus den letztjährigen special releases von dirgeo nun mit diesen voraussetzungen ist der einer der mir eigentlich gefallen muss und in der tat ich finde zum beispiel die nase bei dem unglaublich ansprechend die ist sehr dicht sehr kraftvoll ja sie kommt zum teil sogar schon ein bisschen über stark rüber also man muss in der verfassung sein diesen whisky genießen zu können die alkoholnoten sind besonders wenn man unten am glasrand riecht dann doch schon ziemlich stark am gaumen setzt sich das fort was man in der nase hat nämlich eine gewisse süße kräftig sehr sehr breit sehr ausladend er wird dann nach hinten schon fast ein bisschen pfeffrig ein bisschen mit chili aromen das heißt er ist nicht mehr ganz so sanft wie er in der nase und am anfang des gaumens war und hinten beim abgang ist der erstaunlich lang für seine 13 jahre hat ein endloses finish würde ich sagen wo dann wieder aber die süßen noten überwiegen und wo er sich in seiner in seiner ganzen kraft wieder zeigt ein wunderschöner whisky in dieser art und weise den ich ihnen ans herz lege mit 13 jahren ausgesprochen reif und schon sehr komplex aber dabei noch sehr sehr kraftvoll sehr sehr druckvoll wunderschöne sache in diesem sinn wieder danke fürs zuschauen und slange